Bist du Held genug, um das härteste Kampftraining der Avengers zu überleben? Ich werde dominieren! Hey, was schwingt? Drei, zwei, eins. Also, so soll das ablaufen? Du hast den Stier bei den Hörnern gepackt. Nur, dass er in diesem Fall eine Spinne ist. Hey, lass das! Das erzähl ich meiner Mauer. Ich mache Kürbel drei auf dir. Oh, das war mir echt zu nah, Kumpel. Nein, wenn du bist und keine Flügelung bist. Niemand legt dich mit Spider-Man an. Da kannst du jeden fragen. Gib lieber auf, wenn du weißt, was funktioniert. Das war alles. Eines meiner explodierenden Dinge, was du nicht gern kennenlernst. Was ist das bedeutet? Ich bin viel schneller, als ich aussehe. Und ich seh ziemlich schnell aus. Lächeln! Also, so soll das sein. Der hier ist nur für dich. Wie wäre ich mit dir ein... Knockout! Volltreffer! Green Goblin sichert sich den Sieg! Ha 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 ha! Wer ist mein nächstes Opfer? Aufоме von Scheisse! Auf병 und Weiseastically! 4 4 4 5 4 5 6 5 5